Herzlich Willkommen zurück zu ARGVALGOERO und zwar in der Spinnenhöhle im unterm Redwood immer noch alle vier am Leben keine Verluste zu melden. Was ist denn jetzt mit dem Loot hier? Geht da noch mal einer rein bitte. In den Loot. Was ist denn einer? Da, da unten. Wo? Warte macht das. Geht da nix wenn es da einen Gehirn-Loot gibt. Wird irgendwie eine geile Spitzsacke drin sein. Oder Ottersattel. Ottersattel genau. Und was war drin? Es gab eine lila Flinte und eine grüne Spitzsacke. Na ja. Geht wer gut? Ähm, ne. Ja, ich jetzt. Ich hab mich extra mit mir hinter zur Wand gestellt. Gutes Übertrieben hier oben auf dem Ding sogar. Hä? Sogar hast du mir gespawnt, oder? Doch, ist er. Ach, da ist er. Ja, wollen wir den dann gleich nehmen oder den anderen da hinten nehmen? Ach, da ist auch noch einer. Ja, hier drückend auch einer weiter. Ja, hier gehts auch noch weiter. Ja, da hinten auch. So. Ach komm, nehmen wir den jetzt. Lass mal hier rein. Lass mal hier rein. Gehst doch weiter, sonst kommen wir nicht vorbei. Mit Bär. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Erstmal ohne Bär. Erstmal ohne Bärchen. Bärstück. Bärstück. Aber ich glaube, es geht hier einfach nur im Kreis, Leute. Ja. Gibt ja durchaus sein. Oder? Ne. Ne, doch nicht. So weit, oder? Doch. Oder? Doch nicht. Oder? Mein Licht einfach nicht. Da war's. Außer Wand. Wird weggeknallt. Aber nix. So. Hier ist rechts auch nochmal rein. Alter, ich bin links. Ich hab mir jetzt schon verlaufen. Ja. Hier ist richtig. Jeder. Der geht in seinen eigenen Gang. Mal gucken. Wer was hat, der meldet sich. Wir teilen uns auf. 2 zu 2 und 2. Im Film ist das immer eine gute Idee, wenn sie sich aufteilen. Ja. Ja. Also hier geht's hoch, würde ich sagen. Lass uns auf. Das sieht ja ich nie mehr. Kommt keiner lebend an. Oh, gut. Wir sind mega neu. Auch vorsichtig. Ja, das wird ein bisschen blöd. Ich würde sagen, hier geht's hoch. Lass uns hier mal zurückgehen. Ja. Und dann die anderen Wege gucken. Weil wenn's hier hoch geht, würde ich sagen, wenn wir hier den Bären wiederholen. Das passt doch unterirdisch eigentlich gar nicht. Alles unter die Karte, oder? Ja. Ich hab doch gesagt. Diese riesen Höhle. Auch mega neu. Aber irgendwie haben die gerade keinen Bock mehr. Nee, nee. Also in der Regel tun die die auch nix. Stimmt. Nur wenn sie so massenhaft auftreten. Oh, oh. Oder wenn du einen anknabberst. Ja, stimmt. Hier sind wieder riesen Tiere eingespinnt. Oder wenn die vielleicht noch mal eine Brutmutter lauern. Oh. Was denn? Ah, spinne. Eine Ameise, meine ich. Oh, der Schritt findet es auch ein bisschen over, over, oder? Ja. Also ich glaube, hier unten könnte nochmal ne... Der Kanon oder auch noch Schwarz? Theoretisch die Brutmutter richtig wohnen, weil guck mal was hier alles an der Decke hängt. Das ist, äh, ja. Ja, da bin ich schon wieder. Junge, Junge, hört's ja drauf, du. Was soll das denn sein? Irgendwas Fliegendes, ne? Was wir ja reingehängt haben. Würde ich sagen. Irgendwas Fliegendes. Ein Quetz? Ja. Ein Quetz wahrscheinlich, ja, ja. Wird schon ein Quetz sein. Stimmt, ich kann auch vorstellen. Da unten ist noch ein gelber Loot, wer will den holen? Wo? Da unten. Ja. Hier vor mir quasi. Ja, ich geh mal runter. Doch zu Fuß wahrscheinlich. Decken dich. Oh! Arnie ist tot. Was ist denn hier? Weide. Kommt ein Pär dann geritten. Was kommt da denn jetzt? Ist das jetzt? Ist doch noch was? Nee, ne? Geht's doch weiter oder was? Ist das nur die Speisekammer? Große Mühle halt, ne? Obwohl, ne, so groß ist das hier, glaube ich, nicht mehr. War wohl ne Spinne da unten? Ja, ich ja. Wo? Wo? Du bist da auch. Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Aber ich glaube auch das war's. Das ist nur noch der Punkt hier unten. Oh. Also, der Raum mehr ist da nicht. Dann port ich mich mal zu euch hoch wieder kurz. Ja. Wollte ich mitnehmen? Beide? Da. Ja. Hier geht's auch noch rein. Wollen wir unsere Bären auch holen, oder? Du kommst hier immer so schlecht überall durch, ne? Oder waren wir hier schon? Hier waren wir wohl schon. Hier liegen tote Spinnen rum. Ja, hier kommst du auch gar nicht durch. Da sind wir hier nochmal her, wahrscheinlich. Ach ne, das ist der Weg, der nach oben geht. Ja. Wir sind glaube ich noch einmal hier gerade ausgelaufen. Ja, dann müssen wir noch einmal zurück und noch einmal abbiegen. Okay. Richtig. Wo willst du denn hier hin? Jetzt gleich haben wir uns verlaufen. Ich glaube wir auch. Ich glaube auch da runter, ne? Wo wir eben waren. Ne, wir müssen da zurück. Oder Bären Weg. Was denn zurück? Hier lang. Zurück ist da, wo ich bin. Ja. Ich bin da zurück halt. Ich glaube wir nicht. Ich glaube wir nicht. Glaube ich auch. Ich sehe nicht ne tote Spinnen. Ja. Hier bin ich. Ja. Ey, wir sind im Tunnel. Da werden wir dich wohl kaum sehen. Na, das ist falsch. Moment, wir sind hier bei dem... Ey, sind wir reingekommen, ne? Ja. Ja. Au, ja hier hinten war doch auch noch ein Gang. Hier bin ich. Hier bin ich. Hinter, hinter der Weide bin ich. Ach so. Guck mal hier bin ich. Ja. Ja. Wir kommen Ende. Ja, passt. So. Moment, das... Wo rennst du jetzt hin? Jetzt so hoch. Ne, zurück, wo der andere Gang noch war. Woll. Vielleicht so? Ja, hier oben. Wo der gelbe Loot war. So. Ach so, ja klar. Aber vielleicht waren wir hier auch... Ich weiß nicht, wo wir hier rumgehen, wo wir da wieder hinten hinkommen. Das ist dann die andere Frage. Das hier ist der Weg, der bergauf geht. Äh... Es ist eine Kreuzung. Hier rein. Mal kurz um Brumm kümmern. Nicht, dass der gleiche aufgegessen wird. Sie ist denn da so das mit hier so? Ja. Das ist ja hier durchgekommen. Ne, hier sind wir nicht durchgekommen. Aber das ist der andere Weg, den wir hier haben. Ja, aber... Eigentlich haben wir doch alles. Dann haben wir jetzt hier alles, ja. Erst haben wir hier alles. Ich kann bergauf gehen. Hol ich mal meinen Bären wieder? Ich kann mal bergauf gehen, das stimmt wohl. Wenn beide hier mit seinen Bären rumreitet. Oh, hier komm ich allerdings nicht durch. Dann hol ich meinen Bären nicht. Ne, dann drinnen, wenn der Weg nach oben geht. Aber da war es teilweise auch ziemlich eng. Wir sind doch jetzt auf dem Weg nach oben, oder nicht? Das wäre dann hier jetzt, wo ich jetzt bin. Das wäre der Weg nach oben. Da müsste der Bär aber reinpassen. Ja, da bist du. Müsstest halt durchpassen mit deinen Bären. Ja. Oh, ich denk ja auch. Hier können wir auf jeden Fall den Bären nicht. Oh. Ihr seid jetzt wieder links rein, wo wir eben hergekommen sind, ne? Oder wo? Oder geradeaus. Ja, die... Der stellt sich doch mal wer akkurat hin. Ja, ich stink. Komm her. Oh, Gasmaske ist kaputt. Ich muss jetzt die letzte verwenden. Meine letzte läuft schon. Aber ich brauche sie gerade nicht, sag ich. Geht keine Gesundheit runter, das ist so. Ja, ich habe übrigens eben in dem Boot ein überragende Baumplanfall, eine überragende Schmuckplitte und ein... Geselle Stoffhandschur gefunden. Also an den Boots hier können sie noch mal arbeiten. Ja, ist gut so. Alle da? Jawoll. Alle da. Ach. Ich hab da so'n Mega-Mollra geknabbert. Ich hab da so'n Mega-Mollra geknabbert. Ich hab' jetzt verseh'ne Schnecke zwischen die Klauen gekriegt. Ach, guck mal hier. Hier müssen wir wieder kriechen. Das sieht mir aber verdammt nach der Stelle aus, wo wir vorhin davor gestanden haben. Äh, ne andere. Ja, ja, aber... Ach du meinst, ach so, wo wir, wo... Dings hier... Noch bevor wir das erste Artefakt gefunden hatten. Ja, das könnte sogar durchaus sein. Oh, oh. Geht sogar eine Hocke. Aber... Alter, was für ein Chi-Wall denn das? Ich fahr' noch mit lieber oder so. Ah! Stress! Ich verküfte, ich sterbe gleich. Was? Dein Ernst, oder? Doch. Ja. Ja. Ja, ich bin wirklich gleich tot. Ich muss mich zurückziehen. Komm zurück. Ich bin tot. Okay. Eine mega neuere Level 440. Komm nicht zurück. Warum nicht? Komm nicht durch. Oh. Echt nicht? Jetzt komm ich durch, ja. Ja, wenn ich mich jetzt... So, ich muss dann meinen Körper mir gerade mal hierher... Oh. Das war noch eine Überraschung dahinter. Da ist aber glaube ich nicht hergekommen, oder? Ich glaube auch nicht. Kann man denn da... Ja, jetzt ist alles frei. Jetzt können wir wohl durch. Brauchst du so. Ich muss mir erst noch aufleveln. Dann können wir anders noch mal sein. Kopf da einstecken. Wenn ich da alleine durch will, weiß ich aber auch noch nicht. Ach, da dir. Ja. Mega neu war ich ja noch. Als erstes gleich mal den Bären geschnappt. Das ist nur die Relais. Aber ich muss die Dings aufziehen. Die Gasmaske schnell. Ja, meine wird auch bald kaputt sein. Dann wird sie ein bisschen dünsch hier. So, wir sind durch. Sind hier fünf Vogeln? Gezwitscher. Der Paradies hier. So, zu wem kann ich mich denn machen? Egal. Egal. Wir stimmen beide ganz gut. Oh, siehst du schon wieder. Da ist so ein Apropos raus. Quatsch. 2,5. Komm ich in die Strünfe. Irgendwie eine Idee, wo wir lang wollen, oder? Ja. Ich guck mir manchmal ein bisschen um. Ja, klar. Das ist die Ecke. Links geht es zum Artefakt. Links. Okay. Ja, das ist das, wo du früher reingeguckt hast und saß. Da kommen wir auch durch. Oh ja. Ja. Und dann darf ich mich denn da mal teleportieren? Wir stehen glaube ich alle safe. Mhm. Dann wäre es auch um die Ecke. Der hätte ja hin, herbohrt. Ja, den musst du dann noch herziehen. Oh Gott. Oh. 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 Oh man muss mal grad gucken. theoretisch gleich links hoch ist das richtig ja selbstverständlich ja dann geht es jetzt hier wieder raus da kommt vielleicht noch eine engstelle ja ja jetzt viel als frisch gespawnt ist natürlich auch das ich habe auch gerade so einiges ich ins wasser weg lext schlange aber nicht ins wasser hat man gerade aber ich glaube ich habe alle weggemacht ja ich wollte es von hinten holen haben sie auch im kreisgesicht einer ist weg ist die beißt ihren arsch das sind wir reingekommen am anfang was war jetzt der blutlegel an mir dran naja werde ich jetzt auch überleben also mein wer bis raus wahrscheinlich schon da kommt musik ja ich will sich ja von mega neu war es ja toll er ist da durch ich bin durch schon vorsicht wenn ihr reinkommt ja ja aber auch was habe ich denn schon wieder vergiftet ist die ätzend aber schon mal überragendes siebchen dabei haben in der regel greifen sie dich ja auch nicht an und schon mal drehen ja das war es noch hier oben hatten wir ja alles denke ich ja mal drei artefakte und hier drei gibt das reicht mit höhle hochgehöhlt kommt er hochgehöhlt ob die buchmutter wieder auf uns wartet ja das könnte man ja wir können vorbei müssen also mal schnell was da geht das schon also schon alle fast über level 300 glaube ich nur unsere bären partner bonus und print bonus bonus was zusammen das hält hier draussen kann die gasmaske wieder runter und jetzt kann die gasmaske wieder runter schwitzige stirn ist ja die kürz gott sei dank taugest licht monik die seh ich noch nicht hier ne mutti ist nicht da aber hier rechts hast du auch gesehen was sie eingesponnen haben das ist ja auch so ein riesen viel gewesen war was größeres gewesen sein ja auch überlegt was das sein soll rechts hier bei mir bin hinter dir ach so ja es sieht so ähnlich aus wie das was hier unter der decke hängt aber es ist rechts ist das nicht die schnauze sieht so komisch aus hat dann der schwarze ja und der schwanz sehr stacherlich das ist auch ein hoher vielleicht ein giga sein soll das kann natürlich auch so was fett ist wer ist mir so mobil alter jetzt hängt aber richtig hier aber wenn den hat sich doch schon wieder geprügelt stets und ständiger hier ist falsch rechts geht so ja das unser bienen nest da hängt jetzt sogar nur ein ne die sind immer noch aus 100 3000 übereinander sind viele ja immer noch ein spawne problem hier wahrscheinlich gut dann möchte ich dann nach hause noch was ja auf jeden fall dann kuscheln wir mal alle schön warte mal wie viel wir in einen transporter rein quetschen schlecht genutzt für alle gerechte feuerchen waren machen ja eine blutlegel loswerden so ich habe gar keine mitgebracht gas massen operieren ich habe umgehen noch viel mit los habe ich jetzt das was gehofft gezogen idiot trotz bär und transporter jemand draufgegangen doch jemand jemand draufgegangen und die eine oder andere bremzlige situation auch gehabt das meiste aber dann zu fuß wenn es brenzlig war aber 1370 fleisch alle 141 blut egel gel blut egel blut so öl gab es auch noch ein bisschen gift einer titanbauer pärchen ohne wunderkerzen punkten für den feiertag kann einer fackel oder wandfackel angebracht werden du hast du kannst ein glück haben ehrlich ich sag's dir gott sei dank wir sind gerettet silizium perlen die ich noch gesammelt habe auch 23 organisches polymer habe ich einen 50 ja genau so viel fleisch braten erstmal alles durch ne ja auch so ein beispiel dabei 1982 auch fast 1000 leder da habe ich fast nichts da habe ich 947 da habe ich auch noch 1000 da steht da habe ich 800 und keine ahnung wovon ich wollte ich dann nur gammelfleisch reinpacken oder machen lassen wer ist unsere wasserleitung reparieren das ist eine gute idee lecke hier schon an den stein verbrannt blutegel links da wo wollte er das hinhaben kühlschrank ich habe den linken kühlschrank gepackt hallo kerry ja die guckt ein bisschen durch baser gedränge hier vor dem kühlschrank was gibt es denn noch gibt einer titanbohrer das passt nicht ne das ist ja hier dinges geht doch nicht kaputt von dem kühlschrank das ist dinges dinges halt da pack ich ja auch mal rein in den dinges schrank wo dinges drin ist ja weil es dinges ist profil danke hat ein bisschen gedauert so hier du kannst du mal einen sockel bauen der facktsockel zwei drei sockels können wir bauen hast recht bei sockels kommen wir eigentlich mal in den oberen raum noch hier da wo die trommel ist das kannst du nochmal hier zum abschluss für uns mal kredenzen wer denn ich reparier meine fackel dass ich demnächst einmal selber eine wieder dabei habe du stehst ihn für den weg dabei werde ich was ich wahrscheinlich doch wer sonst ist es gar nicht so einfach sich immer so hinzustellen dass dann wirklich keine mehr durchkommt Ja, wenn gerade viel los ist, dann ist es wohl wahr Der ist halt abgeworfen Eure kaputten Gasmasken mal alle, oder am besten alle im Transporter, äh im... Fabrikator Fabrikator Ja, kommt sofort Kleines Sekündchen bitte Dann nehm ich mir schon mal gleich dann wieder drei Heile raus und pop die Jo Spank So, Silvorsattel und die Pieke, mit dem Pieke Will ich mal zu meinem Privaten sein Okay Alle drin Nehme ich mir auch schon wieder drei raus, die Heile Pieke Habe ich jetzt mal ne, ne Meisterhaft, die über, ne überragende hatte ich da Ich hab nie länger Oh mir ist schon zu gerne... Fein guter Eis Kannst du gerne aus dem Schrank nehmen Bei mir Ähm... Warte mal, lass das weg Äh, ich hab nur ne Geselle... Pieke... Ob ich das jetzt pieken möchte Wäuch ich eigentlich auch nie, hab aber immer eine dabei Wer hat denn hier seine Feldflasche in Fabrikator gelegt? Äh... Hehehe Da brauchst du nur Wasser reinfüllen, die brauchen wir nicht zu reparieren Wo ist er denn? Da! Wo ist er denn? Da! Ja, das könnte meines sein Hab mich schon gewundert, weil ich dachte ich hab drei Gasmasse sind dann gut Warum hab ich denn hier in der Nacht kaputte Gasmasse? Also den Mai... den Bauplan für den Meister von Fiobier-Sattel, den... ...heben wir natürlich auf Ja Gibt ja auch noch einmal roden Caprosuchus-Sattel unserer Schweinearmee angeritten kommen, dann müssen wir auch einen anstehenden Sattel haben Und dann geht die Brutmutter freiwillig und sagt sie, ich mach Feierabend, ich hab keinen Bock mehr auf euch Ja, die stirbt auf der Stelle, weil sie sich totgelacht hat wahrscheinlich Ähm... Das wahrscheinlich auch Ich isses Ähm... hast du die Eintränke? Im Kühlschrank Wo hast du denn jetzt die... die Klingel? Ach da, die gelbe, ne? Die Meister auf den Gepäcken, ne? Jedes Mal mach ich alle vier Kühlschränke auf, wenn ich an einen dran will Egal was ich habe, ich mach immer alle vier auf Ist wie bei mir zuhause Und es sind keine drin Man kann ja mal gucken, was man so findet, was man noch gebrauchen kann Hast mich da wieder verarscht, ne? Nein, hier, sind doch welche Ne, hier nicht Doch, hier, 31 Ich sehe doch nichts Hier, hier nicht Hast du selber nicht gesehen, Aua Ich hab's ja schon abgelegt, ne? Ach, da sind sie ja Hast du gerade reingepackt Ja, genau Erwischt Was ist denn hier mit den Sockeln? Ja, äh, schon stehen schon längst Talon Also, bitte Ganz oben? Ich dachte hier zu dem anderen, hier unten Ne, hier oben, wo die Trommeln stehen Ja Natürlich Uh, lala Ich bin untermalt von dem, äh, Generatorbrummen Ja, ich hab mal einen Bauplan für eine überragende Sputflipte Die nehmen wir mal auch mal auf, ne? Ja, definitiv Sehr nice, sehr nice Die sind meistens alle mit der Pumpe unterwegs Haben wir alle Artefakte, ne? Also, jedenfalls alle drei Achso, ja, da wollte ich Das guck ich mal sofort Ja, ich guck mal mit Oh, hier ist schlecht Na, hier könnte es echt ein bisschen eng werden, ja Was? Ich bin runtergesprungen von oben Achso, ein bisschen Da ist auch schlecht, ne? Hier ist Bibi und Bobo Was? Hier stehe ich immer und transportier mich weg Achso Ich bringe uns mal zum Ich bringe uns mal zum Bist du da? Ja Warte, was hier Ach, guck mal unsere Schweine an mich, sie wächst Ja Und zwei Steine in die Tasche gesteckt Portal to the Guardian Sanctuary Welche Artefakte haben wir jetzt des Rudels haben wir, ne? Himmelherrin und Fressers war das nicht, oder? Nee Nee Wir haben noch Immun 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 und das Starken wahrscheinlich, ne? Ja Nee War das Starken? Weiß es nicht, weil es gibt noch das Brutalen, des Felsens, des Torwächters, des Zerstörens Krutschen Ja, für die verschiedenen Stufen halt, ne? Ja Alter Schwede, da gibt es ja noch so einige Also für Gamma bräuchten wir Fressers, Himmel ist ja noch ein Rudels, um das überhaupt mal in den Gang zu kriegen Aber das sieht mir auch nicht gerade angenehm aus, wenn ich das Bild sehe Nee, nicht wirklich, ne? Guardian Sanctuary, hm, keine Ahnung Das sieht mir aus, wenn da mehrere rumrohen, das sieht mir aus, wenn da jetzt der Drache wäre Was ist das denn mit dem Steg, Oma, ganz ehrlich? Muss das sein? Ich weiß das auch nicht Dann sieht es aus, wenn da der Drache wäre, der Affe und was denn das andere, das kann ich gar nicht zuordnen Ja, stimmt, ich auch nicht Alter, was ist denn mit dem Stego falsch? Alter, was ist denn mit dem Stego falsch? Oh, was ist denn hier nicht richtig? Das ist, das ist aber Willste einmal eine Minute in das Ding reingucken? Schon kommen alle an, ey Schon kommen alle an Ähm, ja, ich weiß es nicht Ich hab da noch nichts drüber gehört Müssten wir mal, äh, gesehen Gucken, dass wir genug haben Haben und dann mal uns einfach mal rein machen und gucken, was ist so passiert Ja Wissen zu Also Rudel hatten wir, ne? Aber Fresser und Himmeljahn fehlt noch Richtig Wir hatten Immunen und was war das andere? Na, kann einer mal kurz gucken oben, bitte Oh nein Wo die Trommeln, wo die Trommeln stehen Äh, ich So, das erste war Muss ich mal reingucken, steht da Kann man leider so nicht sehen, ne? Ne, ich glaub, musst du reingucken Es rudelt, es war diese Krone Genau Ja Immunen Immunen Und Und Stark, glaub ich, ne? Starken, ja Starken Ja, okay Also könnten wir die zweite Stufe ja fast schon machen, wenn wir das noch auf der List finden würden, oder? Wir finden noch Fressens Ich würde lieber Und das leichter? Ich würde lieber erstmal mit dem leichteren Na gut Dann müssen wir nochmal gucken, wo wir Fressers und Himmelherren finden Oh, bis jetzt haben wir ja auch nur die eine Höhle da hinten gesehen, ne? Ja Das erklärt aber auch Mit dem tiefen Loch da drinnen auch Ja Stimmt, da könnte auch was sein Das erklärt aber auch, warum die Brutmutter so einfach war Ja, auf jeden Fall Gut, äh, große Haarusson quasi Siehst du das auch hier, oder? Ähm, was ist der Fisch hier? Ja, das sehe ich auch Warte, schmeiß mal einen Euro in, der macht doch Breakdance für uns hier, oder? Beim 10er macht das halt auch einen Lapdance Ich weiß nicht Er soll seine Schuppen ruhig anbehalten Äh, ja, dann würde ich sagen, wir machen uns mal zurück in sichere Heimat Ja Aber nicht so, wie ich hier stehe, ey Ich bin ja, das ist ja... Ich stehe ja noch tiefer Das ist auch immer so einen großen, ne? Da soll ich uns mal schönes hinbringen Such dir was, überraschend Ja Ey, erstmal ab nach Hause Die Höhentur verkraften Die Höhentur verkraften Richtig Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss, wa? Das sehe ich genauso Hinter dir ist gerade im Laufen Scheiße, dann bin ich durch die Gegend geflogen Deine Ahnung, wo der herkam Wir haben locker keine Affen hier Jut, äh, dann, äh, vielen Dank für's so sehr Ich hoffe, es hat euch gefallen Ja, das hoffe ich auch Ja, das hoffe ich auch Ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen Ja, ja, groß... Ey! Geh mir den Siebel weg Hier stehen, äh... Ihre rum Oh, Entschuldigung Wollte ich natürlich nicht verletzen So, nun ist aber gut hier Schluss jetzt Tschüss Bis zur nächsten Folge Macht's gut, schwenkt nen Hut Ciao Ciao Tschüss